ein wunderschönen guten tag mein name ist der graf und ich heiße euch heute mal wieder herzlich willkommen zu einem doch kleinen aber schönem video weil wir heute mit wett die da macht ihr euch sorgen dass ich euch verlassen könnte wir holen uns mich jetzt die jessa und dritte begleiterin und dafür müssen wir jetzt erstmal diese paderwan schülerinnen und wie aufspüren finde nur man kassler steckt das machen wir doch gleich mal so ich war auch eine zeit lang krank deswegen konnte ich keine videos für euch machen meine stimme war verschwunden mein handgelenk war kaputt aber jetzt geht alles wieder wie normal ja wir sagen erstmal herzlich willkommen nochmal wir sind hier gerade auch futter unterwegs und gucken auf der karte wir müssen hier noch mal kassler steckt das wird also kein problem dann wir werden uns jetzt auf das fliegel setzen und wir werden uns sind da gleich wieder sehen so anwesenheit verrät mir dass uldin und sylix gescheitert sind was für eine schande ich hätte wissen müssen dass man barras nicht trauen kann ich hingegen stehe zu meinem wort und bin allein gekommen wie vereinbart euer meister erweist sich als feigling indem er euch an seiner stadt schickt ich will niemanden töten nein ihr seid sicher nur hier um pasag zu spielen ihr seid barras spielfigur zwar einfallsreich und stark aber doch nicht mehr als das ich muss eurem leben ein ende machen sobald ihr aus dem weg seid wird jessa den beweis liefern können den ich brauche um dem jedi rat die augen zu öffnen und barras netzwerk von spionen bloß zu legen kommt schon k blicken wir dem tod ins auge und klären das ein für alle mal gleich geht's besser so erst mal eine runde gewünscht das schlimmste tatsächlich ist er gibt einfach nicht auf überzeugt euch selbst die macht ist stark in euch ich muss die vergraben lasst eurem zorn freien lauf nur so könnt ihr mich besiegen ein jedi da jetzt böse sind oder ein jedi da jetzt böse sind oder das kann nicht sein ihr müsst fallen ihr müsst vor mir nieder fallen ich falle vor niemandem nieder das wird das so beschäftige denk ich ja ich hab keine fok auf das mit johlen mensch kommt man kriegst du noch alleine runter oder nicht meine wunde ist tödlich zumindest sterbe ich in dem wissen dass ihr jessa niemals finden werdet das barras hat uns geschickt falls ihr hilfe benötigen würdet offensichtlich ist das nicht der fall er sagte nur mein karl soll am leben gelassen werden sollen wir ihn stabilisieren ich bin noch nicht fertig kam ihr werdet leiden wie noch niemand gelitten hat die macht mich beschütze wir retten ihn und ziehen uns dann in ein benachbartes gemach zurück beeilt euch männer der jedi wird schwächer ja foltert mich so lange ihr wollt sie die schmerzen schüren meinen hasse meinen zorn ich werde euch töten euch und euren jämmerlichen meister hört ihr mich ihr seid beide tot es ist herrlich zu hören wie diese vergifteten gedanken ausspuckt jedi macht bitte weiter eure selbstgefälligkeit ist eine beleidigung ihr seid nicht besser als ich lasst mich frei damit ich euch vernichten kann hey sie ist hier wow sie sieht ziemlich zornig aus ihre kraft darf man nicht auf die leichte schulter nehmen sie ist eure männer draußen haben mich vorbeigelassen also erwartet ihr mich wohl beendet eure sadistischen angriffe auf meinen meister sofort ich habe doch gesagt dass du dort bleiben sollst wie kannst du es wagen meine anweisungen zu missachten ich habe diesen moment herbei gesehnt mein opfer war umsonst dummes kind trotz all deiner macht hast du nichts verstanden was habt ihr ihm angetan sith war das schon immer in ihm nein das kann nicht sein niemand kann eine solche finsternis verbergen irgendwie habt ihr ihn in den wahnsinn getrieben sie in das herz deines meisters und erkenne die wahrheit meister k hat mir beigebracht meine kraft nicht unüberlegt einzusetzen nur wenn es notwendig ist ich wollte sie nie an ihm einsetzen aber ich ich spüre stolz neid hass und zorn nein was für ein sistrick ist das ich hätte es gemerkt wenn er so eine dunkelheit in sich gehabt hätte es erregt mich zu sehen wie deine ganze welt zusammenbricht ich bin nicht zu eurem vergnügen hier ist ihr habt meister jon lag und meine meine eltern getötet und jetzt habt ihr meinen meister in ein ungeheuer verwandelt ich habe all die qualen gespürt die ihm zugefügt hat es muss jetzt enden halte mich auf und strecke mich nieder nein ich ist das wieder nur ein trick provoziert mich nicht ich werde da nicht mitspielen beweise dass du recht hast vernichte mich es gibt keinen anderen weg tust du es nicht wirst du zusammen mit deinem meister sterben ich habe euch gewarnt was habe ich getan jason nein macht euch bereit zu sterben also wo ist er denn ach da ist er denn komm jason Besieg, Mensch! Du hast deine Ausbildung noch nicht beendet, Jessa. Wenn du dich ganz der hellen Seite der Macht hingibst, kann sich dir kein Sith entgegenstellen. Niemand will mir eure Lügen hören. Ich habe mein ganzes Leben Täuschung und Verleugnung erfahren. Ich dachte, die Jedi wären anders. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Ihr habt mir Meister Kars wahres Wesen gezeigt. Eure Macht offenbart den wahren Charakter einer Person. Die Angst, die ihr auslöst, bringt die Wahrheit ans Licht. Diese Gabe möchte ich auch erlangen. Ihr werdet meine Schülerin sein und ich leite euch auf dem Weg der dunklen Seite. Ich bin geehrt. So erfülle ich doch noch einen Zweck und habe ein Ziel. Was soll ich tun? Und was machen wir mit Meister Kars? Als erste Handlung unter meinem Befehl wirst du deinen früheren Meister umbringen. Ihr wollt, dass ich ihn töte? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich will nicht nur, dass du ihn tötest. Ich befehle es dir. Ja, natürlich. Chaser, der Sith macht dich zu einer Mörderin. Es ist für ein höheres Ziel. Ist das nicht ein Prinzip, mit dem die Jedi viele ihrer Taten rechtfertigen? Ich habe es getan. Nomen K. lebt nicht mehr. Deine Schuldgefühle, der Rausch, die Verbitterung. Das alles kann dich stärker machen. Meine Emotionen sind durcheinander, aber ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Mein Blutdurst wurde geweckt. Ich freue mich schon darauf, ihn mit eurem nächsten Befehl zu stellen. Oh, gleich mal hier zum sogenannten Terminal und quatschen mit unseren, naja, nicht doch so tollen, arglistigen Hugensohn vom Meister. Ich habe Nomen K.'s Tod durch die ganze Galaxis gespürt. Ich muss zugeben, je nach all den Jahren los zu sein, beunruhigt mich etwas. Nehmt euch zusammen, Barras. Versteh mich nicht falsch, Schülerin. Diese Tatsachen verwunden mich nicht. Ich koste nur all die damit verbundenen Folgen aus. Wie ich sehe, hast du einen neuen Passagier. Jessa Wilsam, nehme ich an. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich spüre, dass sie dir ergeben ist. Wie hast du das nur geschafft? Ich kann sehr überzeugend sein. Das ist wunderbar. Einfach wunderbar. Wunderbar. Es hat lange genug gedauert. Vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. So tödlich man auch sein muss, um ein Lord zu werden. Ein Darth ist der fleischgewordene Tod. Denk daran. Und nun feiere, wie du es für angemessen hältst. Dann kehre zu mir nach Drom und Kars zurück. Ich habe große Pläne für uns. Ich gratuliere euch, mein Sith-Lord. Zurück auf die Posten. Natürlich. Ich habe Jessas Quartier schon vorbereitet. Ich gehe und zeige es ihr. Gut, dass du die Initiative ergreifst. Ich bin hier, um zu helfen. Kommt, Jesser. Wir richten es euch ein. Wann immer ihr mich braucht, mein Lord. Wofür auch immer. Ich bin bereit. So sollte es sein. Nun, mein Lord, jetzt habt ihr das Mädchen. Ein Sieg, den nicht einmal Barras erahnen konnte. Ihr seid jetzt ein Sith-Lord und eure Macht wächst. Worauf wollt ihr euch nun konzentrieren? Jetzt zermalmen wir alle Gegner des Imperiums und zwingen die Republik in die Knie. Ich hoffe, dass ich den finalen Schlag miterleben darf. Jetzt genießt eure Errungenschaften. Sodale und Habdalö. Jetzt wisst ihr Bescheid. Gut, aber ich mache hier jetzt wieder Feierabend und wir sehen uns dann beim nix einmal.